Musik Abel deckt sich völlig mit den anderen Aussagen. Er benutzt ihn mit seinem PKW als hauptverkehrsfähig gekennzeichneten Draßweg. In dem Straßweg war er schlecht anzusehen. Plötzlich sei der Motororlaub bei ihm geliefert. Abel bremst und riss das Steuer herum. Gegen den angebenden Schuldigen werden Sie wohl Anklage ergeben müssen. Danke, Herr Polizeilass. Den Text können wir hier leider zu bemühen. Roland Silke zum Diktat. Bitte, Herr Staßenweiß. Schreiben Sie bitte folgend. An den Herrn Vorsitzenden des Schöpfengerichts zu haben. Anklage. Mit Schriftstätzer. Klaus Krüger. Wären Sie bereit, meine Verteidigung zu übernehmen, Herr Rektanwalt. Wenn Sie mich mandatieren, natürlich. Schließt den Verkehrssünder keine Vorbrecher. Ich muss Ihnen allerdings sagen, dass Sie sich in einer prozessual ziemlich schwierigen Lage befinden. Seit wann haben Sie eigentlich Ihren Führerschein? Bei drei Jahren. Bei drei Jahren, sage ich mal. Drei sogar. Hatten Sie schon Mahlunfälle? Nein. Na, immerhin. An jene faglichen Morgen war Sie doch nicht etwa angetrunken? Nein. Frühmacht. Ja, alle schon da gewesen. Hatten Sie an diesem Morgen vielleicht Ärger oder fühlten Sie sich nicht wohl? Doch, ich war völlig gesund, aber ich weiß nicht. Was soll es bedeuten, meinen Sie? Nun hören Sie mal zu, Herr Krüger. Schließlich habe ich zur Urteilsfindung am Tage der Hauptverhandlung auch ein Wort mitzureden. Und Sie werden mir zugeben, dass ich recht habe, wenn ich behaupte, es gibt keine gerechte Urteilsfindung nur nach den Buchstaben des Gesetzes ohne die Auslegung durch Richter, Staatsanwalt und Verteidiger. Denn keine Tat ist der anderen gleichzusetzen, weil alle Menschen verschieden sind und damit auch alle Tatursachen. Ich verstehe aber. Ich suche Pluspunkte für Sie. Das ist alles. Welche Zeuge sind eigentlich außer Abel noch vernommen worden? So viel ich weiß, ein Fräulein Mechler. Und ein Schüler. Ich glaube, er heißt Willi Volkmann. Morgen. 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 Was ist denn da so in der Tat? Sag mal her. Das habe ich heute Morgen bekommen. Schwarzer war schon? Was hast du denn angestellt? Auch nicht. Ich gehe den Satz nicht. Ein Verkehrsunfass. Direkt vor mir. Und ich habe das alles gesehen. Ladung in der Strafsache gegen Krüger wegen fahrlässiger Körperverletzung in Tateinheit mit Verletzung der Vorfahrt. Und du hast alles gesehen? Ja, ganz genau. Ich habe das nicht. 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 Wie wichtig eine solche Zeugenaussage ist. Hätte erst dann nicht genug gefällt, um das Karten auszubringen. Aber Kurt, man muss doch feststellen, bei einem Unfall schuld war. Oder vielleicht nicht? Natürlich. Aber diese Klärung der Schuldfrage ist bei Verkehrsunfällen gar nicht so einfach. Ja? Mach das denn nicht die Polizei? Nein, die Staatsanwaltschaft. Die Polizei hilft. Sie ist ja fast immer zuerst zur Stelle. Sie sichert die vorhandenen Spuren und nimmt den Tatbestand auf. Der Staatsanwaltschaft ist verpflichtet, Anklage zu heben, wenn er das Recht auf Leben und körperliche Unversettheit gefährdet oder die Würde des Menschen mitachtet wird. Wenn die Staatsanwaltschaft eingreift, handelt es sich um einen Strafprozess. Gibt es da noch andere Prozesse? Na klar, zwei Prozesse. Und da gibt es keinen Strafraum, oder? Nein, weder Staatsanwälte noch Angeklagte. Da streiten sich zwei Parteien um irgendetwas. Zum Beispiel in einer Wohnungsklage. Und wenn ich später mal ein gesetzter Flade mache? Dann bekommst du weigerlich mit dem dritten Aufgabenbereich unserer Gerichte zu tun, der sogenannten freiwilligen Gerichtsbarkeit. Hier werden Grundterdaten, Handels- und Gesellschaftsrechte und natürlich auch dein Konkurstaberein. Ja? Kann man das so mit Gerichtsverhandlung nicht mal mit ansehen? Ach, wenn man nicht als Zeugeladen ist? Das steht nicht vor! Gerichtsverhandlung ist bitte weitermal gelassen. Dann können wir dann doch nicht beim Mitteln mitgehen! Das geht leider nicht. Die Stuhörer müssen nämlich während der Verhandlung den Mund halten. Verstressen Sie ihn! Also gut, ich nehme euch beim Wort. Ah! Was bedeutet die das Schö? Dies Schö ist eine Abkürzung des Schöfengerichts. Dem Berufsrichter sind Laienrichter beigegeben, sogenannte Schöfen. Die Schöfen sind leichtberechtigte Richter, die über Schuld und Strafmaß des Angeklagten mitentscheiden. Das möchte ich auch machen. Er muss über Jura studieren. Im Gegenteil. Fast jeder unbescholtene Deutsche über 30 kann zum Schöfenberufen werden. Oh, es wird Zeit. Die Schöfen gehen schon rein. Los! Ich eröffne die heutige Sitzung. Es handelt sich um die Strafsache Krüger. Ich beginne mit der Vereidigung der Schöfen. Meine Herrschöfen, Sie leisten nunmehr folgenden Einten. Sie schwören bei Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, Ihre Pflichten als Schöfen getreulich zu erfüllen und Ihre Stimme nach bestem Wissen und Gewissen abzugeben. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es. Ich bitte die Zeugen vorzutreten. Meine Damen und meine Herren, ich weise Sie darauf hin, dass Sie vor Gericht als Zeugen die reine Wahrheit und nur diese sagen müssen. Sie dürfen nichts verschweigen und nichts hinzufügen. Das Gericht kann Sie auf Ihre Aussage vereidigen. Mein Eid wird mit Suchthaus bestraft. Ich bitte jetzt, die Zeugen in den Sitzungssaal zu verlassen. Sie werden einzeln aufgerufen. Angeklagter Krüger, wollen Sie vortreten? Sie sind Klaus Krüger, 21 Jahre alt, wo geboren? In Hamburg. In Hamburg, wo Sie auch zur Schule ging. Wie lange? Bis zum mittleren Reifen. Was ist Ihr Vater vom Beruf? Schriftsetzer. Leben Ihre Eltern noch? Ja. Sie gaben an, dass Sie auch Schriftsetzer seien. Der Beruf liegt also in der Familie. Haben Sie Geschwister? Nein. Keine Geschwister. Was tat Sie nach dem Schulbesuch? Ich war mit einer Druckerei. Haben Sie da auch ausgenommen? Ja. Und was tatten Sie dann? Ich war in verschiedenen Abteilungen des Betriebes tätig und seit einem halben Jahr arbeite ich als Schrittzenter. Was verdienen Sie so im Monat? Die 130 Mark. Haben Sie Vorstrafen? Nein. Keine Vorstrafen. Welchen Führerschein haben Sie und sein Mann? Ich glaube, er war die Vermehrung des Angeklagten zu Personen. Aber der Motorroller hat sich erst seit zwei Monaten. Doch, in der Zwischenzeit sind nicht viel Gefahren für die Firma. Gegen Sie ist das Hauptverfahren eröffnet. Sie sind angeklagt, am 17. April mit Ihrem Motorroller in der Ulmenstraße fahrlässig die Sicherheit des Straßenverkehrs beeinträchtigt und damit eine Gemeingefahr herbeigeführt, sowie die Körperverletzung eines dritten Dadurch verursacht zu haben, indem Sie im Gruppverkehrswidriger Weise die Vorfahrt nicht beachtet. Der Vergebnis strafbar nach dem Paragrafen 115a, 316, 230, 42m und 73 SGB. Wollen Sie auf die Beschuldigung etwas erwidern? Nein. Dann kommen wir zur Sache. Schildern Sie doch mal, was ich an jenem Morgen zugetragen habe. Mein Dienst beginnt an und für sich um halb neun. Aber an dem Tag fuhr ich bereits früher von zu Hause los, weil ich noch etwas auf der Post erledigen wollte. Unterwegs traf ich dann meinem Freund Dammholz. Er hatte es sehr einig und bat mich, ihn noch ein Stück in die Stadt mitzunehmen. Ja, und ihm zugefallen, fuhr ich einen anderen Weg als sonst. An dieser Kreuzung habe ich kein Vorfahrtsschild gesehen, obgleich ich bestimmt aufmerksam fuhr. Ich zog die Motorroller noch etwas links rüber, weil an der rechten Straßenseite direkt vor der Kreuzung kein Nachtwagen parkte. Plötzlich dachte links neben mir ein PKB ab. Es kam mir wie ein Wunder vor, dass es keinen Zusammenschluss gab. Aber dann... Aber dann? Dann... Hörte ich Reifen quietschen? Ein Krachen. Ein fürchterliches Krachen. Und Schreien. Nicht hier zu fordern. Sie haben da Fragen an den Angeklagten? Wie lange kennen Sie Ihren Freund Dammholz? Schon von der Schule hin. Hat Ihr Freund Sie zur Eile angetrieben? Als wir losfuhren, sagte er, er hat es furchtbar eilig. Nicht unmittelbar vor der Kreuzung. Nein. Herr Staatsanwalt? Herr Staatsanwalt? Wie schnell fuhren Sie es war? Na, so 50 Stundenkilometer. Aber an der Ecke höchstens 35. Herr Verteidiger? Das Passieren der Kreuzung gehört also nicht zu Ihrer allmorgentlichen Fahrt zur Arbeit. Nein. Nun, dann nehmen Sie mal Platz. Wollen wir mal Herrn Volkmann bitten? Der Zeuge Willi Volkmann. Herr Volkmann, Sie. Du heißt den Vornamen? Willi. Du bist Schüler. 15 Jahre alt. Ich muss Dich darauf aufmerksam machen, dass Du vor Gericht die reine Wahrheit sagen musst und nichts verschweigen darfst, sonst machst Du Dich strafbar. Auch wenn Du nicht unter Eid aussagst. Ja. Gut. Erinnerst Du Dich noch daran, was Du am 17. April morgens erlebt hast? Ja. Ich warte, dass ich so zulebt. Augenblick. Das wollen wir lieber mal aufzeichnen. Hier also ist der Grasweg, aus dem der Pkw kam. Da klotzte die Ulmenstraße, aus der der Motorräder kam. Und Du kamst aus dieser Richtung. Ja. Ich wollte gerade über die Ulmenstraße ab von links in eine Möbelbahn... Nun mal langsam. Wo stand der Möbelbahn? Da an der Ecke. Na, zwölf Meter vor der Ecke. Hier. Was meinst Du? Wie schnell fuhr der Motorräder? Mhm. Ui, das ist schwer zu sagen. So schnell wie der Straßmann, glaube ich. Die Fischlich-Sachen. Sind noch irgendwelche Fragen? Dann ihn bitte auf der Bach platzen. Fräulein Mechler, bitte. Die Zeugin Fräulein Mechler. Ich kann den Grasweg entlang, vom Bahnhof. Vom Bahnhof gesehen auf der rechten Seite? Ja, ich darf den Weg ins Geschäft. Ich gehe das Stück jeden Tag zweimal und weiß, dass die Kreuzung aufregend ist. Ich war noch auf dem Bürgersteig, als ich rechts die Motorräder sah. Der Fahrer sprach mit seinem Freund. Da hörte ich den Volkswagenbremsen. Erst als es knallte, drehte ich mich um. Und da sah ich die Bescherung. Der Volkswagen hatte den Laternenfall erwischt. Es war ein 60. Wie schnell fuhr der Motorräder etwa? Oh, gar nicht schnell. Der trudelte so mit 40 Stundenkilometern. So, brüttelte mit 40 Stundenkilometern. Sind noch weitere Fragen an die Zeugin? Fräulein Mechler, sind Sie bereit, Ihre Aussage zu beschwören? Ja. Sie schwören bei Gott dem Allmächtigen und Allwissenden, dass Sie nach dem besten Wissen die reine Wahrheit gesagt haben und nichts verschwiegen haben. Heben Sie die rechte Hand und sprechen Sie mir nach. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Ich schwöre es, so wahr mir Gott helfe. Nehmen Sie bitte auf der Sankplatz. Nun bitte den Zeugen Garnholz. Ich war recht froh gewesen, dass Kröger mir zu lieben einen kleinen Umweg machen wollte. Denn als Vertreter müssen Sie wissen, da muss man sein Pensum immer pünktlich absolvieren. Ja. Und ich habe an dem Unglückstag die Zeit verschlagen. Ich sagte Klaus, dem Angeklagten, dass ich sehr eilig hätte. Und ab ging die Post. Ich meine, auf ging es. Die Kreuzung hatte ich als sehr beliebt in Erinnerung. Ich sagte, Klaus, pass auf. Krüger drehte sich rum und sagte irgendetwas. Und dann war plötzlich der PKW neben uns, der im letzten Moment herumgerissen wurde. Sonst, sonst hätte ich hier wohl nicht mehr erscheinen können. Über einen Monat lag ich im Spital. Fleischwunden, Prellungen und dieser komplizierte Schenkelbruch. Das Knie ist in Mitleidenschaft gezogen, sagen die Erz. Ich weiß nicht, ob ich je wieder ganz hergestellt werde. Oder ob das Bein stark bleibt. Bei Herrn Abel wollen wir von der Vereidigung absehen, weil er der Verletzte ist. Ich bitte den Herrn Sachverständigen. Dr. Wieland, Willi, 46 Jahre alt, Kraftfahrzeug-Sachverständiger, mit dem Angeklagten weder Verwandt noch Verstecker. Aufgrund der Unfallskippsend bin ich der Meinung, dass der Angeklagte das Vorfahrtsschild trotz des breitenden Möbelwagens hätte sehen müssen. Diese entscheidende Frage kann aber lediglich eine im Augenscheinnahme des Unfallortes beantworten. Danke. Machen wir also einen Ortstermin. Wir unterbrechen die Verhandlungen und setzen Sie übermorgen um 10 Uhr an Ort und Stelle vor. Wir unterbrechen die Verhandlungen und setzen Sie übermorgen um 10 Uhr an. Wir haben also gestern den Lokaltermin durchgeführt. Sind noch irgendwelche Anträge zu stellen, seitens der Staatsanwaltschaft oder der Verteidigung? Dann wird die Beweisaufnahme hiermit geschlossen. Das Wort hat der Herr Staatsanwalt. Herr Vorsitzender, meine Herren Schönen, seit Menschengedenken ist das Unwissen der ärgste Feind der Menschheit. Das Gewissen, der eigene Wille scheinen ausgeschaltet. Rücksichtslosigkeit, unkontrollierte Handlungen haben freie Wagen. Wenn es wie hier um das höchste Gute des Bürgers geht, um seine Gesundheit, die zunichte gemacht wurde, mutet es da nicht grotesk an, vom schuldigen Teil hören zu müssen aus Versehen? Jeder Mörder hat ein Motiv. Das Hass, den Tier, ein geistiger Defekt oder sonst was. Aber ist es nicht grausam, ohne jeden Grund das Leben eines Menschen aufs Spiel zu setzen, der dir nichts zu Leide getan hat? Ja, wenn ich nicht einmal kenne, ohne das Gesetz wären wir diesen sogenannten Zufällen, die keine sind, vogelfrei ausgeliefert. Man kann sich diese Art der Stellungnahme wohl nicht mehr verschließen angesichts der 12.000 Verkehrstoten pro Jahr. Das ist die Bevölkerung einer Stadt, die jedes Jahr sterben muss. Und deshalb, meine Herren Richter, stehe ich auf dem Stammpunkt, dass der Angeklagte den Unfall schuldig verursacht hat. Es kommt also das Gesetz, welches die schwerste Strafe androht zur Anwendung, nämlich der § 230 des Strafgesetzbuches, der für fahrlässige Körperverletzung eine Gefängnisstrafe bis zu drei Jahren vorsieht. Ich beantrage deshalb die Verurteilung des Angeklagten zu einer Gefängnissstrafe von drei Monaten, sowie die Entziehung der Fahrerlaubnis auf ein Jahr, sowie die Einziehung des Führerscheins. Die Verteidigung hat das Wort. Herr Vorsitzender, meine sehr geehrten Herren Richter, angesichts der klaren Situationen, die sich aus der Beweisaufnahme ergeben hat, ist die Verteidigung nicht in der Lage, das Verschulden des Angeklagten auszuschließen. Zu den Ausführungen des Herrn Staatsanwaltes aber erscheint es mir notwendig zu bemerken, dass für mich, für Millionen andere, auch für den Verletzten, die Herren Richter und auch wohl für Sie, Herr Staatsanwalt, feststeht, Verkehrsstrafsachen sind keine Verbrechen. Sicher stimmen uns alle gewisse Statistiken sehr nachdenken. Aber das Verkehrswesen, auch der Straßenverkehr, ist heute ein existenziell notwendiger, nicht aus der Welt zu schaffener Bestandteil der Zivilisation. Welcher Kraftfahrer will von sich behaupten, ihm könne nicht dasselbe passieren? Welcher Mensch ist Tag aus, Tag ein, gleich reaktionsfähig, dass das Versagen des Angeklagten ein Ausnahmefall war? Jawohl, meine Herren, ein Ausnahmefall und ein bisher einmaliger. Das beweist doch seine Unbescholtenheit, sein zielstrebiger, gerader Lebenswandel. Meine Herren, bedenken Sie bitte, dass dieser junge Mensch, der gerade volljährig geworden ist, das Leben noch vor sich hat. Ihre Strafzumessung kann es wesentlich beeinflussen. Schließlich haben wir einen Menschen vor uns, der bis auf dieses einzige Versagen unbescholten ist. Ich beantrage daher, die Strafe so milde zu bemessen, wie es nur irgend angängig ist. Ein geklagt, dass Sie haben das letzte Wort. Ich bitte um milde Bestrafung. Das Gericht zieht sich zur Beratung zurück. Ist es jetzt zu Ende, Mutti? Nein, noch nicht. Was beratend Ihnen gerne? Kann man da nicht zusehen? Nein, die Beratung findet hinter verschlossenen Türen statt. Es handelt sich dabei um eine erschöpfende Aussprache, damit sich jeder einzelne Richter sein Urteil bilden kann. Über jede Frage muss gesondert abgestimmt werden. Nur die Schuldfrage kann nach dem Strafgesetzbuch einheitlich entschieden werden. Achtung, es geht weiter, jetzt fällt das Urteil. Im Namen des Volkes Der Angeklagte wird wegen fahrlässiger Gefährdung des Straßenverkehrs in Tateinheit mit fahrlässiger Körperverletzung zu einer Gefängnisstrafe von zwei Monaten verurteilt. Die Fahrerlaubnis wird entzogen. Vor Ablauf einer Frist von einem Jahr darf die Verwaltungsbehörde keine neue Fahrerlaubnis erteilen. Der Führerschein wird eingezogen. Der Angeklagte hat die Kosten des Verfahrens zu tragen. Die Vollstreckung der Gefängnisstrafen wird zur Bewährung ausgesetzt. Das Verkehrsproblem ist heute Problem Nummer 1 geworden. Nach dem Ergebnis der Beweisaufnahme ist die Schuld des Angeklagten einheitlich vertreten. Gegen dieses Urteil kann Berufung eingelegt werden. Ich nehme das Urteil an. Damit ist das Urteil rechtskräftig. Die Sitzung ist geschlossen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020